Das wertvollste Stück der Leipziger Benin-Sammlung ist diese Kopfplastik. Hergestellt wurde sie irgendwann zwischen 1350 und 1550 im Königreich Benin. Wahrscheinlich handelt es sich bei der Plastik um den Kopf eines getöteten feindlichen Igbo-Herrschers. Solche Köpfe sandte das Königshaus Benin an die Nachkommen der Getöteten, um ihnen ihre Untertanenpflicht zu verdeutlichen. Nach den Plünderungen von Benin City durch die Royal Navy des britischen Empire erwarb der Londoner Kuriositätenhändler C.D. Webster die Plastik. Er verkaufte sie zwei Jahre später an den Leipziger Industriellen und Verleger Hans Mayer. Dieser wiederum gab sie mit einer Zahl weiterer Benin-Objekte 1902 als Dauerleihgabe an das Leipziger Völkerkundemuseum. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 kündigten die Erben Mayers das Leihgabeverhältnis und forderten die Sammlung zurück. Ein zehnjähriger Rechtsstreit durch drei Instanzen folgte. In dieser Zeit ließ das Museum die Benin-Objekte unter rechtlichen Schutz stellen. Das sollte verhindern, dass sie außer Landes gebracht werden. Nach einem Vergleich ging die Benin-Sammlung 2001 in das Eigentum des Freistaats Sachsen über. Die Mayer-Erben-Gemeinschaft erhielt für 53 Benin-Objekte 6,9 Millionen Euro. Heute, nach dem Preisboom der letzten Jahre für afrikanische Antiquitäten, ist die Sammlung ein Vielfaches wert. Das ist die Sammlung des Freistaats Sachsen, ist die Sammlung des Freistaats Sachsen über.